Also hier haben wir meine rolex von mark gebauer die trage ich meistens in meinem auto einfach nur um den innen spiegel für den flex im drive in so jetzt ist time to shine schwarze balken spannende musik ich mache einen chat auf man ich bin kein meter eingespielt das läuft ja richtig schlecht jungen daten ganzen kinderspielplatz im hintergrund ja perfekt aber warum kriegen wir immer die komischen wir haben nur einen gegner team der spielt und ist fitus junge und unser blauer hat zwei kills weil es sek die bude von ihm stürmt auch kein geld mehr spiel aus vielleicht packen aber sonst nicht ich weiß wenn wir das game noch gewinnen dann bestelle ich mir heute noch war mal so und so ein hotchip auch wenn du verlierst konnte dann so nicht vergessen fall ich hasse schaff also bestimmte schärfe als gerade geht aber das ist heftig ich habe auch das schießt nur auf die maids junge der verwirre junge was ist denn das eigene molly noch mal nicht bin so langsam mittlerweile der hilft mir nicht aber ich muss kann auch alles ich darf nicht mehr spielen aus haus haus grün grün ich weiß nicht mal wo die bombe liegt macht nichts mehr bock mehr heute ich habe hier eine ganze crowd hinter mir emily manchmal lärm die wollen nicht dass die mir kommen also da sitzen das ist ein devs dran die wo extra schauen dass ich nur ranz mails bekommen und die absolute elite im gegner team ja was gibt's ja jetzt bitte ich bin schon lange weg lange ich bin neun meter in der mac ach du scheiße oh mein gott ich verlasse diesen schreibtisch nicht bevor ich nicht ein match gewonnen habe ich brauche jetzt irgendwas krasses spitzen rufeisen gefunden in meinem kleiderschrank ich lege das jetzt hier hin das soll doch glück bringt aber ich reib damit meine maus ein jetzt geht's los sieges geheul ich verstehe auch diese schokoladen streusel ding nicht emily hat sich brauchen einfach nur teller brot gemacht und hat einfach smarties draufgelegt ja das auch unkommentiert gelassen hallo hallo was soll denn das jetzt hier ich werde hier lästigt emily spielt für die gegner alles alles short alles short emily redet mir ins ohr mit dem ventilator ein halter ich habe nur mit geistes kranken tun junge du könntest auch wirklich in meinem team spielen wir sind endlich eingeblendet dann kriege ich heute nacht direkt die e-mail da sind sie es zwei kiel bekommen aber oder zu e-mail bekommen auch mann was gibt es dann einmal picken für ja und zweimal vernein ja wenn sie dummisch pickt sie dreimal dann weißt du nämlich gar nicht ey wieso guckt der nicht zu dir sorry my mom was talking to me oh mann ey sorry my mom was talking to me hi oh mein gott ok spot 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 man mates ich will doch planten warum spiele ich immer so schieß doch ey violette und hannes ihr seid echt meine letzte hoffnung lang 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 wie lang hannes lang wie lang lang wie wie lang ich habe heute das angebot bekommen äh ein cs match zu spielen und wenn ich nach jedem kill in die kamera guck und uu sagt äh hätte ich zwei euro bekommen das ist auch an den links links an das links 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 ja schön war noch nie so stolz alter das spiel wenn ein kind anfängt fahrer zu fahren von hannes ich bin lieb jetzt in dich glaubt einfach ein lauf da rein ich hab dich komm ich gleich drüber und durch schreien jetzt ist noch ein recht zu dir schön hat es passt du hast mir alles abgestaubt aber jetzt nix ist nix mehr jetzt lernen sie fliegen jetzt pushen pushen gut gefakt hannes schön stark hannes wenn du das klatsch ich schwöre die ich komme zu dir ich küsse deine nase etwas smoke 0 fade nicht näha ein Und der andere ist auch verwirrt. Nein, wir haben nur verwirrte. Oh mein Gott, Alter. Ich habe Albträume. Oh, ich habe den voll ins Gesicht gekommen. Du hast dich voll auf das laue Engel. Nein, ich die die Flash. Ich die die Flash. Und ich save eine halbe Stunde. Ich beiß jetzt in meine Maus. Ich bleibe, ich bleibe. Bete mich nicht weg. Bete mich nicht weg. Du. Ne, wehe, du kriegst schon noch einen. Push. Ja. Das klingt, ich habe einfach keinen Bock mehr zu zocken. Ja, wie bei mir hat er das gerade gemacht. Wie schnell der gerade umgesischt hat von Bombe auf Waffe, Alter. Was geht ab? So, ich mache jetzt was richtig krasses. Haltet euren Clip-Button bereit. Ich zeige euch jetzt was. Die zukünftige CS-Momente. Also, hier, diese Flash. Umdrehen. Rechts ab-Aim. Link steht. Jin-2. Hey. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen hat es nicht geklappt. Hat er irgendwo gescoped. Links, links, links. Alter, bitte. Bitte schnell das raus im nächsten Video. Das kommt nicht rein. Ah, nee, komm, fix dich. Nein, 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 nein. Untend. Yeah. Yeah. Bobby. Das Spiel setzt mir mental zu. Ich merke das richtig. Ich merke das richtig. Ich merke das richtig, ich merke das. Ja. man sieht man plötzlich spiel die gonzalez man aber das nicht auch mann unsatisfied lasst mich in ruhe mann unsatisfied ja okay das ist so offensichtlich nein unsatisfied ich sehe nicht zum kotzen macht ihn weg bitte schaut ja klar wieso sollte der random ich verstehe diesen rang nicht was man die ganze die das ist ich hasse diese us wird nur gepusht von morgens bis abends random menschen aus dem internet nicht damit ich bin ins gesicht mit awp was grün bitte macht was das ganze magazin auf den geschossen her